Hallo Lotte und herzlich willkommen zu einem neuen Parten Minecraft. Hörst du mal auf? Boah ey. Ich bin gekocht. Ganz zwar im letzten Teil, dass darüber geredet. Ich würde sagen, heute wollen wir auch mal wieder anstarten. Warum ist das? Mensch, ich vermisse die große Luft. Boah, dann gehen wir jetzt kurz hoch und werden wieder runter. Nein, nein. Nein, Lukas, stopp. Stopp, was soll ich jetzt gar nicht machen? Nein, 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 du spielst nicht. Wenn du einmal staust. Was denn? Wir wollten uns eine neue Dingsabonster machen. Ah, ich weiß nicht gerade, warum ich mich gewundert habe. Und hier. Ach nein. Leider, keine Ahnung. Ofen braucht man es auch bauen. Da kann man nämlich gleich das mitnehmen, da braucht man auch das. Dann kann man auch das mitnehmen. Ja, das ist jetzt voll egal. Keine Ahnung, 15. Keine Ahnung, ist auch egal. Ist doch egal. Guckt! Warum? Ey, Mann. Junge. Schön. Schön. Ehrlich. Ehrlich. Lukas. Ehrlich. Stopp. Schon nichts passiert. Ehrlich. Ehrlich. Da kommt schon wieder jemand. Was ist das? Alter, ehrlich jetzt. Lukas. Was machst denn du? Ich mach gar nicht. Ehrlich, Leute ey. Ich hab gerade Angst. So, jetzt warten wir die Zeit ab. Ja, das ist eine Monsterfalle für die, die eine Monsterfalle unbedingt... Ist doch keine Monsterfalle? Doch, das ist... Naja, vielleicht keine Monsterfalle, aber... Eine Stopp. Eine Stopperfalle. Eine XP-Lonus. Also, falls ihr irgendwo in der Hölle seid und ganz viele Monster sind, braucht das, dann könnt ihr die alle umbringen. Lukas, mach ich schon vor. Ja, ja. Ich mach auch kein Monster, aber naja. Was war denn, du sagst du die Truhe reinmacht? Ja, dann machen wir einen. Wie Holz und das so. Mhm. Jetzt kommt nichts mehr, Lukas. Was? Jetzt kommt nichts mehr. Boah ey, ich muss trotzdem irgendwie hoch. Ich hab... Jetzt hab ich das zugebrochen und hab kein... Ja... Nein. Alright. So Leute, jetzt zeig ich euch gleich... Du hast zwar noch mal ein Rohrfänger, also kannst du zwar noch einen blauen. Okay. Superman. Ja. Ja. Okay, die kommt mal aus dem Gang drauf. Ja. 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 Man sieht gleich jetzt aus dem Gang aus, aber auch aus dem Gang. Aber die hier jetzt gleich das Tor, weil es so zu tun wird, oder? Nein, ich glaube eher, dass sie auch so bekommen. Okay, das Leben ist halt gefährlich, Leute, ne? Ah, Spaß! So, warum sind wir jetzt hier? Um eine Steige, ne, Eisenspitzhalle zu bauen. Und das auch? Einen Ofen zu bauen. Acht Ofen, oder was? Ja, ne. Ja, mal zwei. Zwei. Alter, das ist viel zu verschleppendere Steige. Nee, ich hab noch... Und wir wollen keinen machen, eine Spitzlage bauen. Zwei. Das würde ich auch noch erzählen. Spielen, tipp, tipp, tipp. Doch, so eine Kierung, ne? Guck doch mal noch mal. Ja. Muss halt manchmal sein, im Leben, ne? Ja. Immer solche Korrektoren, äh, kommen. Also, ihr wollt ein Ding schlafen? Ich wollt hin. Ding? Ding. Nee. Ja, Mensch. Ja, Mensch. Es hört sich gerade aus. Und du wolltest auch Zungehand? Ja, Zungehand. Aber ich kann's eh nicht spielen. Ich hab einen Account gewaschen. Was machen sie mir jetzt? Nee, weil Zungehand könnt ihr eigentlich einen Plan, wie heißt der? German Killer. Ja. Ja. Ja, German Killers, genau. Ja. Wenn ihr das über 1200 Tracklee habt. Dann ist Luca. Ich weiß gar nicht, wie hoch ich's gestellt hab. Ah, also klappt auch. Nee, ich hab's dann. Nee, ich hab's dann. Du müsstest dich selbst aus seinem Klang rauskicken. Ja, ich kann da rauskicken, ne? Nein, aber du müsstest, weil du zu niedriges Rating hast, dich selbst aus seinem Klang rauskicken. Ja. Ja, gut. Findest du, ja. Ja. Findest du auch? Ja. Na, mal wackeln. Nee. Nee. Manchmal fühl ich mich echt eingehen von Lucas. Ich hab keine Meinungsfreiheiten. Nee. Was ist das? Ähm. Ja. Nee, hast du nicht? Wie gesagt, Leute. Angesehen. Ich hab... Ja, weiß mal. Du musst zurückstecken und... Ja, ja, ja. Leute, nicht so viele. Leute, das Leben wird tragisch. Ich hab niemals eine Community mit jemand anderem. So, wir haben Licht. Ja. Kannst du Papier klein wieder arbeiten. Und jetzt kommen wieder mal... Kacin! Ja. Ja. Das war ich. Ich war das. Ich nicht war es doch. Frontoon. 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 Perfekt Deutsch auf unserem Kanal. Ich glaube, ihr seht gerade gar nichts. Doch das hier. Ja. Ich seht gerade gar nichts. Oh, ich weiß nicht. Aber auch mit Französisch. Äh... Kacin! Ver competitiv... Quién millimeter auch noch? Ja. Wir haben dir einen Mann. Njaajaja! 260 Gräuowäääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääääää tempo! угhhhpmpmam palette. Oh, das war jetzt so, dass es zu lumin, aber refresklich was unten hattet... Hallo, wie war dein Schleim? Hallo, wie war dein Schleim? Hallo, wie war dein Schleim? Oh geil, wie das unser Geil ist. Weißt du, wie wir einfach nicht nach rechts fahren und wie das einfach lauer ist. Hallo, wie war dein Schleim? Oh, das ist vollkommen unseres. Wir sind voll von Lava umgeben. Epic, Alter, Epic. Warum? Weil wir voll von Lava umgeben sind, wir stehen auf Lava. Oh, doch. Nicht schon. Aber gleich wieder. Da hättest du unten bauen können. Ja, ich weiß. Gut. Trotzdem ist aber jetzt noch Lava. Hier drunter, denkst du? Ja. So, jetzt nicht mehr. Ich wollte gerade meine Fiesheit spielen lassen. Wir gleich zurückgehen. Geil. Und jetzt gleich jemanden auf den Zucker. Nein. Safe, Alter, safe. Unbedingt safe. Du hast Gold gemacht. Ja. Du hast es für uns gar nicht gemerkt. Ich habe Gold abgebaut. Nein, ich dachte, du machst. Ja, doch. Gold habe ich gesehen, aber ich dachte gemacht. Eisen habe ich auch gemacht. Für uns im jeden Fall. Ja. Ja. Es ist gerade immer noch eine Frau Dammel. Muss man da jetzt reinhauen. Kein Ahnung. Holz. Was ist das mal? Man konnte irgendwas. Tropenholz. Ja, nein, man konnte Holz mit Holzbrennen. Eichenholz mit fertigen Holzbrennen. Warte, das probier ich gleich mal aus. Das ist richtig lustig. Ne. Was kommt da raus? Nein, ich höre gerade nicht. Ah, ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht. Ich weiß gerade nicht. Ah, Holz Cola. Holz Cola. Das ist genau wie ein normaler Cola. Ja. Oh, geil. Jetzt fühle ich mich richtig. Jetzt haben wir hier einen Platz verschwendet. Wir haben Holz Cola gemacht. Ja. So Leute, wir sind produktiv, ey. Oder auch nicht. Und als Hafer Arsch, wir haben immer nur noch eine Minute, ey. Immer nur noch? Ja, wir haben wieder noch... Ey, du brauchst gerade den anderen Gang zu. Ey. Weißt du, ey. Brauch, ey. Brauch, ey. Brauch, ey. Aber typisch, ey. Ganz dritten runter. So, spricht man von Diamanten in Folge Number 13. Ja. Rehab. Diamond. Die Laufke. Wir haben keine Laufke. Verachter, ey. Wir laufen jetzt jetzt langsam. Juni, ich tue gleich. Ich tue Schöpftrücken. Was habe ich ihm jetzt gemacht? Epic. Epic. Ähm. Ich glaube, wir haben gerade schon als ein Bildschirm gesehen. Weiß ich nicht. Doch, doch. Ja? Ja. Ja. Sorry. Jetzt fange ich irgendwo an. Guck mal, wir verwenden gleich die Holzkohle für das. So, ich produziere. Ich verwende meine Akkulade hier gleich zu Ende. Ja. Ja. Und wir haben jetzt noch eine kleine 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 kleine. Ja. Und wir haben heute noch ganz wenig. Und ja. Wir haben schon 2040, dann nehmen wir noch eine alte A. Oh je. Und dann haben wir keine Schöne mehr. Ja. Ja. Wollt ihr mich verheulen? Mensch, wo ist vorhin die ganzen Monster? Ich mach da mal jetzt mal so einen Glock. Ehrlich jetzt? Ja, wir haben nur noch 13 Sekunden, Leute. Jetzt nur noch halb. Und dafür würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Ja, von mir auch. Ciao.